hallo und herzlich willkommen zurück im projekt der senioren hier auf der slowak village und immer noch im winter. ich habe ja gesagt ich muss zurück zum steinbruch und dann mal was in gang bringen. das heißt wir müssen hier unten erstmal den kies wegräumen. auch schön zu sehen. mal gucken ob ihr das sehen könnt. jedes mal wenn hier schnee drauf fällt, dann nehmen die förderbänder das auf und fördern das weiter. das ist natürlich dann direkt dieser große filltype. aber das ist tatsächlich so dass ständig hier filltypes drauf hat. eben auch schnee. das kennt ihr ja vielleicht. wenn ihr zum beispiel hier rein gucken können. auch wenn die anhänger fällt schnee. muss erstmal rauskippen bevor man was anderes reinkippen kann glaube ich. so aber wir kippen jetzt erstmal ein bisschen kies weg und hoffen dass der nico nachher mal kommt mit dem optiliner. dann können wir ein bisschen kies mal zur transportfirma bringen. da das mit dem trigger immer so ein bisschen ne sache ist, kippe ich den erstmal hier auf den haufen. dann können wir den nachher einfach umladen. kann ich hier links rein fahren? nach der bahnübergang gleich oder geht es schief? das kann sein dass das schief geht. also mit dem optiliner würde ich da glaube ich nicht rüber jukollen wollen. solltest du schon die wege nehmen die es da gibt. ist ja auf dem weg. ja den hat Mario aber angelegt. ja der geht auch nicht bis zum steinbruch durch. also steinbruch die seite weiß ich nicht ob du mit dem da drüber kommst. dann fahr lieber über das gras feld auf die andere seite vom steinbruch zur einfahrt. ich glaube ich habe ja auch gemeint diesen weg. aber hier rutsche ich noch mehr rum. ich kann es kaum fahren. wegen der ja genau das ist der eigentliche weg wo du jetzt gerade hinkommst. das ist so rutschig. ja da musst du mal langsam fahren. ich feuer gar nicht schnell. aus der ähm aus dem mud race kann ich dir sagen dass doppel bereifung hilft und ähm sogar raupen laufwerke helfen dir. ja genau so kann man es machen. schnell rein klebt bevor schnee drin liegt ne. ja das ist gar nicht so einfach mit den schaufeln ne. ich hätte vorhin auch versucht dieses häcksel gut außer bei den weckshäusern weg zu schaufeln habe ich dich hingekriegt. aber es geht mit der schaufel aber noch ganz gut. aber ja das macht natürlich keinen sinn dass wenn man keinen kies zum beispiel über schnee drüber kippen kann. nico weißt du schon wo das hingehört? nein. oben gibt es eine transport firma und da gibt es musst du rückwärts den optiliner heransetzen da gibt es einen entsprechenden kiesberg kannst du es entladen. mhm. ok. raus, links, fest, wo oder rechts. jetzt wohl wieder rechts. jetzt noch ein paar tausend meter drin liegen. probleme mit den triggern ist dass die nicht voll einladen da muss man öfter hin und her fahren bis man die schaufel voll hat. der gute hat wohl nicht mit einer 24.000 liter schaufel gerechnet. ja. der hat nicht mit dem herrn hilscholt gerechnet eher. ja wohl die schaufel ist nicht von mir. die ist original. hast du doch. gerade eine mod vorstellung gab zieht körre einmal und zippel. ja genau. und wisst ihr was liebe leute vielleicht denke ich dran wenn ich das video einstelle dann blende ich euch die mod vorstellung hier direkt nochmal ein. drücken info tab dazu. ich hoffe ich denke dran. wenn nicht könnt ihr mir jetzt in die kommentare schreiben dann kann ich es nochmal nachträglich machen das geht nämlich auch. du hast die da drauf du. boah. ah youtube ist eine tolle welt. hier wollte ich gerade sagen bei twitch geht es nicht. ich weiß gar nicht ob sie ein zweites mal kies fahren muss wahrscheinlich doch. ich weiß gar nicht ob sie ein zweites mal kies fahren muss wahrscheinlich doch. ich guck nachher mal ein wieviel wir hier noch haben auf dem haufen. ja wo gibt es hier jetzt gold? ich möchte es gleich erklären. wie das hier läuft. ich glaube das haben wir tatsächlich so noch nicht stream gemacht haben wir letztes mal außerhalb gemacht. können wir gerne einmal hoch gehen. wo bist du denn? ich habe hier ein fahrzeug. dann komm noch mal raus. gibt aber nasse füße. ich muss noch einmal hier den weg hoch. der ist zwar etwas schwer zu sehen. aber hier ist einer. vertrau mir. so dann gehen wir hier vorbei. und hier oben gibt es das sprengbüro. da musst du nur dynamit hin. und wenn da dynamit ist. dann wachsen hier die haufen an. einmal boden. das ist das braune hier. und zweimal grober stein. das sind die beiden haufen hier. dann. folge mir. den boden kannst du hier oben in den gold separator rein kippen. dazu kommt wasser. aber das ist hier gefüllt. entsprechend in den wasserträger. und diesel. das ist hier an dem aggregat. und dann läuft das wie du schon gesehen hast. da oben weiter durch. kann man hier die förderbänder entlang gehen. dann wird das der boden entsprechend aus. durch gespritzt. und hier hinten. geraschen. genau. geraschen. hier hinten kullern dann die gold kügelchen. gold klumpen raus. siehst du hier in dem eimer. und gesammelt wird das hier in dieser kiste. ah ja. bis 500 liter gehen da rein. das ding ist aber das hier jetzt gerade grober stein voll ist. weil das kommt hier auch nochmal aus der produktion wieder raus. ähm. und der grobe stein muss auch wieder hier in den stone crusher. den steinbröcher. und da kommen eben unten drei kiesberge raus. diese kiesberge müssen entweder verkauft werden oder können alternativ hier hinten in die ziegelsteinfabrik gepackt werden. ist das grob fein und 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 was weiß ich. das hier ist jetzt feiner kies. der hier rauskommt ja. ach so ne die drei haufen sind tatsächlich alles feiner kies. mhm. und ähm die zement oder die ziegelsteinproduktion braucht den kies. dann wasser. ähm. zement. und auf der rückseite kannst du halt zement und leerpaletten anliefern. die leerpaletten kommen ja klar aus dem sägewerk beim forstbetrieb. jo. und dann wenn man entsprechend zement und alles hier drin hat. dann kommen da vorne die ziegelsteinpaletten raus. und ich sehe gerade wir haben hier tatsächlich einfach kein zement mehr drin. ich kaufe nochmal ein paar. ich soll aber gleich mit dem kies wieder reinholen. ach dann läuft ja los. ja und dann hast du den steinbruch gehabt. und gold ist mehr wert als es im menü angezeigt wird. wie das? weiß ich nicht. aber da wird irgendwie 30 oder 40.000 angezeigt und wir haben letztens für 500 liter 80.000 gekriegt. für 500.000. noch nicht mal für 1.000. jetzt aktuell wird angezeigt. ok. 545.000. genau. 54.000 wird jetzt angezeigt für 1.000 liter. aber ich behaupte da kommen bald 200.000 raus. wenn der multiplikator immer noch stimmt. vielleicht war es auch nur ein einmaliger fehler. weiß ich nicht genau. aber es dauert auch ewig bis das gold zusammen ist. also es ist trotzdem kein leicht verdientes geld. gold schürfen ist halt richtig arbeitsintensiv. ich gebe jetzt den resten hin und dann mache ich die beiden trigger leer und dann kann ich den gleich nochmal auffüllen. irgendwelche fragen? nein. alles gut. zement kann man kaufen oder muss man herstellen? zement musst du kaufen. kannst du im shop als paletten abholen oder direkt hier anliefern. das anliefern ist ein bisschen teurer. aber nicht so viel teurer als dass ich das lohnen würde die paletten am shop aufzuladen. wie ich finde. die waage hier am anfang ist die wichtig oder? da kannst du nur für die statistik. die ist tatsächlich nur für die optik. also wenn der hänger voll ist. das ist sehr angenehmer zu fahren. auf schnee. trotzdem hat das was finde ich. auch dieses leiden so ein bisschen. das ist schon spaß. ja. das stimmt. das war wieder was anderes. ja. das witzig ist tatsächlich die kleinen kieseträger die haben halt immer noch kies drin. dann denke ich über das nur so ein kleines häufchen. aber ich glaube das war es hier jetzt tatsächlich. aber da ist noch auf jeden fall ein kleines. dann laden wir noch gleich ein paar paletten von den ziegeln auf. und dann haben wir doch hier wieder alles am laufen. ja. willi. und detlef. steinbruch hat euch noch nicht gepackt. ja. nicht. nicht. das ist für mich also. ja. das nennt es mal was anderes. aber. hast für mich auch nicht so ganz. diese. im prinzip ist es so eine kleine nummer. wenn man hier ganz viel spaß anfindet liebe zuschauer. dann kann man auf jeden fall. weil die construction mining map aufmachen. eigentlich ist es ein schönes beispiel dafür. was man mit dem ls zusätzlich noch alles machen kann. ähm. gerade bei dieser construction mining map. haben wir ja doch einiges. noch zusätzlich gemacht. aber. ja es ist kein ls mehr. das ist eher so ein construction simulator damit. oder. baugrube. gibt ja die dollsten dinge an. da werden die dann tatsächlich straßen verfestigen damit. im ls 17er gab es auf jeden fall. was ist denn eigentlich mit dem. mit dem pistensimulator. da gab es auch mal eine idee. dass man das noch weiter treibt. richtig weit die jungs sind. das wort geführt haben. das projekt. angefangen war mit. war man doch glaube ich mal mit. ich meine auch. ja. 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 da hat die ls mod company seiner zeit mal drange erarbeitet. ja. 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 vor einiger zeit. obwohl der mich tatsächlich so richtig geflasht hat. so. keys haben wir jetzt erstmal. alles. dann kann. nico vielleicht nochmal kommen. dann können wir noch eine ladung voll machen. laden wir noch die paletten hier schön auf jede menge holz paletten sind auch abholbar ja das habe ich gesehen nur ist das hier alles komplett voll das schadet von vorgenommen das schöne ist hier nicht gut wie der paletten das so echt nachgeschmissen das ist wirklich durchaus sinnvoll weil man dann nicht so nur weil es geht hier nicht nur die lehrpaletten nur um holzproduktion wenn man die einmal angeschmissen hat die sind wirklich fertig also ich sag mal so brauchst du die hast du in der stunde genug paletten um die ganze produktion voll zu machen gefühlt die sind auch glaube ich immer noch was muss man sieben liter oder so die palette also im prinzip ist es ein liter pro palett eine palette eben es ist eine richtige anzeige es ist kein liter sondern es ist eine richtige anzeige ja liebe zuschauer habt euch wahrscheinlich gefragt warum ich die gerade da reingeschoben das ist nicht aber daran dass man ein bisschen vorsichtig ist das dass man da zwei auf einmal auflädt aber ihr seht es auch die wackeln dann trotzdem noch ein bisschen man möchte mal paletten so realistische möglichen aufladen aber dieses geruckel da kriegt man dann doch nicht behoben vier auf einmal vier auf einmal ich habe zwei ich weiß auch gar nicht ob zwei überhaupt realistisch ist also bestimmt nicht mit ziegelsteinen komm du hast ne stapler drauf wagt sag ich mal ja das stimmt aber nicht mit dem kommunaldeuts auch wenn der gewicht hinten dran hat wäre das dann wahrscheinlich doch ein bisschen so viel ist gut so ein linde was weiß ich acht tonnen lange gabel breit kannst du ja acht stück vielleicht wird nehmen so hier ist aber nicht gut geräumt hier am eingang das kann leider was aus der scharfen aus kann da konnte ich nicht weiter räumen ja das ist das mit dem springen springende paletten wo haben wir das denn zuletzt gehabt das ist nicht so gut man sieht nicht schön wie in der öfter beides ja leider ja leider ja leider ja 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 Ja, komm schon. Den kann ich da nehmen. Obwohl wir den noch ein bisschen anschieben können. Ich glaube, ich kriege praktisch mehr ein. Das passt eher rein. Das kriegen sie nicht genau rau. Das wäre schon schön, wenn man die noch mehr kriegt, aber das passt glaube ich nicht. Dann schien wir gleich einen längst rein, dann passt das auch. Na Nico? Nicht fein, so viel Schotter zu verladen? So viel Schotter hätte ich auch gerne mal. Ja, aber hab ich auch mal gedacht. Habt ihr gehört, dass sie die europaweit diese ein und zwei Centen in Snaps schaffen wollen? Ja. Jupp. Ja, dann hat das ja schon lange. Ich gebe zu, ich finde das eine gute Lösung. Sollen sie die fünf Cent auch gleich absetzen? Ja. Italien prägt gar keine ein, zwei Centen mehr, ne? Ja. In Italien gibt's. In Italien gibt's. Da gab's noch die Bierattreiten, die mussten Geld nicht stehen, aber das ist vor allen Dingen für Familien. Eine. Da gibt's das Wechselgeld in Bombs. Da bist du im Supermarkt an der Kasse, siehst du dann Wechselgeld bis zu einem gewissen Grad wieder hin, die es halt geht mit Münzen. Und dann setzt du an der Kasse noch eine Handvoll kleine Bombs dazu. Okay. Ich bin mal gespannt, ob die ihre komische Z-Währung da wirklich irgendwann mal einführen. Wir, ne? Die haben doch mal überlegt, ob sie so eine, wie sag ich mal, einheimische, äh, Währung einführen. Und ihre eigene Leute, ja, um ihre eigene Sachen zu bezahlen, halt die Handwerker und so. Weil der, im Endeffekt, äh, der Euro für sie, äh, nicht das Richtige im Endeffekt ist. Wieso ist das nicht das Richtige für sie? Okay. Kraft und Arme. Wenn ich gucke, wie das hieß. Weil der von der Europäischen Zentralbank übermacht steht und das in Italien schleckt, da muss die immer richtigen 50% Handwerker, 20% wie irgendwelche anderen Leute, und noch was wie die Cosa Nostra und die noch ein bisschen. Ähm, gut. Kann man mal zum Zwischen. Er ist nicht so fast, wenn man nicht schon da draufstehen, dann kommt die noch hinterher. Oder haben sich das da die rechten Jungs ausgedacht? Was hast du vorhin gesagt? Mini-Bongs oder Mini-Bots? Bongbongs. Okay, die haben, die, die hatten die genannte Mini-Bots. Die Teilen stimmt für Ersatzwährung. Das war 11.06.2019. Ne, das wird schon länger her. Mini-Bots? Ja, Mini-Bots. Was sind denn Mini-Bots? Weiß ich nicht, das war die Ersatz- oder Parallel-Währung. Gibt es doch mal einen? Boah. Warte, Nico, ich komm mit. Wohin? Ja, ich fahr den auch zum Händler. Ich fahr weiter her. Ich fahr zusammen. Naja, dann ist es halt so. Ich bin's jetzt fest, da bin ich jetzt ganzfatz mit fertig. Vielleicht kriegt man hier so ein schönes Foto hin. tippen scherber und so ausgleiche wo ich so super aufgeladen habe ich glaube deswegen und fallen das versteht sich normalerweise wieder richtig und hast du ein schönes foto hinkrieg ich habe es gemacht dann war auch die sanktion hier für die folge heute ja schon wieder viel zu lang und ein berge und schneeberg weil sie sich hingeschoben hat weil sie auch nicht oder bin ich mit dem alles wirklich schnell der rechte schrotmacher hat man ja gesagt eine rechte schrotmaschiniere die produziert jetzt nicht obwohl da was drin ist einig wir mussten haben ja die palette hier hat runtergefallen ist wieder ein bisschen das dauert ja alle steine wieder auflesen ja alle gott sei dank nicht aber ich sag nur einmal mit profis wo nächstes gebinde nicht aufgegangen ja das ist mit diesen hallo heiler hat dinger zusammen einmal nicht guten abend hallo heiler servus best ich versprich wieder nicht warum machen wir es nicht wieder zu hoch für die weil der meint der ist voll ja aber kannst du was greifen siehst du dann sagt ich sehe da keinen so aber liebe leute wir fahren sie jetzt nach hoch und von daher können wir jetzt auch feierabend machen kann da keinen helfen die strecke kennt ihr ja und wenn ihr die slovak village im winter erleben wollt dann spielt sie doch selber mal das ist eine schöne karte lohnt sich auf jeden fall wenn euch voll gefallen hat lasst uns doch ein däumchen da und einen kommentar freue ich mich sehr drüber und dann sagen wir noch tschüss und auch von mir alles gute bye bye und ade dann Vielen Dank.